In diesem Video zeige ich dir die Lösung für das Rätsel der Lithographie-Steine im Resident Evil 4 Remake. Du wirst hier ganz automatisch an diesem Punkt im Verlauf der Story vorbeikommen und zwar im Kapitel Nummer 8. Da sollst du nämlich dann Ashley finden und da wirst du ganz automatisch hier in der Buchbinderei ankommen. Und als erstes müssen wir drei Lithographie-Steine finden. Zunächst haben wir den Lithographie-Stein D gefunden, jetzt finden wir hier hinten in der Ecke den Stein C. Dann gibt es hier auch noch eine extravagante Uhr, was eines der Sammelobjekte ist. Einen extra Guide dafür findest du verlinkt in der Playlist über die Infobox und auch unten in der Videobeschreibung. Und hier findest du dann den Lithographie-Stein Nummer B. Und jetzt müssen wir das Rätsel hier an der Tür lösen und das sieht wie folgt aus. Erstmal setzen wir die Steine so ein, wie sie uns direkt hier angeboten werden. Und dann wählen wir hier unten diesen Lithographie-Stein aus und drehen den einmal um und tauschen den mit dem Lithographie-Stein links. Den Stein nehmen wir dann, setzen den dann rechts ein und dafür können wir dann den, der davor drin war, dieser Lithographie-Stein, den herausnehmen, drehen den wieder und platzieren den unten. Jetzt haben wir im Prinzip schon fast alles erledigt. Jetzt müssen wir noch hier oben den Stein einmal herumdrehen und wenn der dann wieder eingesetzt wurde, öffnet sich die Tür von ganz alleine. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen und du konntest das Rätsel jetzt lösen. Und wenn dir das gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und außerdem, wenn du natürlich bei einem weiteren Guide wieder mit am Start bist. Dafür kannst du einfach hier der Playlist folgen. Also, hau rein und mach's gut! Also, hau rein und mach's gut!